Musik Zio Freunde, willkommen zum heutigen Verbund. Wir testen den Verbund PyroShow 1000B Tasmania von Agendo. Das ist ein 2 Batterienverbund im Mixkaliber. Wir haben 30, 25 und 20 Millimeter, 80 Schuss und knapp 1 Kilogramm NEM. Ja, zu der Batterie ist zu sagen, sie ist fertig verleitet. Kostet 56 Euro. So sieht das Ganze aus. Also, ziemlich großer Koffer. Wenn man jetzt mal so der Hand dazu holt oder so, kriegt man ja auch nicht alles drauf. Hier wartet. Tja, also auf die freue ich mich schon sehr besonders. Ich habe das Video mal angeschaut und habe mir gedacht, ja, also für den Preis kann ich es auf jeden Fall mal mitnehmen. Werden wir sehen. Auch hier wieder wird der Verbund im Neu-Urfeuerwerk verbaut werden. Also, falls da mal noch ein Effekt zwischendurch oder davor dran hängt, nimmt es mir nicht böse. Aber wir interessieren uns ja für den Effekt. Also, dann sehen wir uns gleich draußen zur Zündung der Tasmania 1000B. So, die Argento. Schauen wir mal, was die drauf hat. 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 Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die drauf hat.